Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Automotive Spice jetzt umsetzen. Mein Name ist Tim Ströbele und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei diesem Webinar teilzunehmen. Mit mir darf ich begrüßen unseren Gast, das ist der Guido Lange von der Firma Zip Delta. Die Firma Zip Delta ist seit sehr langer Zeit schon in Projekten tätig, überwiegend bei Firmen, die ja megatronische Produkte herstellen, also sowohl Software als auch Hardware. Und ja, Guido Lange ist seit mehr als 30 Jahren, kann man sagen, als Coach, Trainer im Bereich Prozessberatung bei den Unternehmen tätig und hat sich natürlich im Laufe dieser Zeit einiges an Erfahrungsschatz, an Praxisschatz erarbeitet, den er hoffentlich heute mit uns teilen wird. Und zwar werden wir ja bei dem Webinar heute zum einen mal ein bisschen erfahren, was die Automotive Spice von Ihnen jetzt fordert, von Ihnen fordert im Rahmen der Projekte, im Rahmen von, im Rahmen, welche Anforderungen sich daraus an Ihre Prozesse ergeben. Aber natürlich auch, und das finde ich jetzt persönlich ganz spannend, wie denn das in so einem Modell oder in einer praktischen Abbildung dann wirklich aussehen kann. Und ja, Guido, das wäre jetzt eigentlich auch meine erste Frage schon an dich. Was glaubst du, in wie viel Zeit ist denn so eine Entwicklung von so einem Modell? Ja, danke Tim für die Frage. Das ist jetzt bei mir persönlich so, dass ich seit fast 20 Jahren in mechatronischen Unternehmen unterwegs bin. Und die erste Annäherung, und das wird ein großer Bogen sein jetzt in unserem heutigen Gespräch, die erste Annäherung war über die Prozesse. Das heißt, die Frage, wie kann man denn die Prozesse, die in der Produktentstehung und im ganzen Produktleben eine Rolle spielen, vernünftig organisieren. Und wenn man da ein Stück Weg geht, kommt man relativ schnell an den Punkt, dass die Ergebnisse von Prozessen Daten sind, zum Beispiel Lastenhefte, Pflichtenhefte und irgendwelche Dokumente, die da entstehen. Und so spielt es zusammen, dass man das Prozessmanagement und das Produktdatenmanagement unter einen Hut bekommen muss. Und das ist jetzt eben fast 20 Jahre Erfahrung, die wir heute im Spiegel dieser halben Stunde miteinander sehen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, damit wir auch nicht zu viel Zeit jetzt verlieren, ich stelle noch allen denjenigen, die jetzt Polarion noch nicht kennen, ganz kurz Polarion als Firma vor. Was wir machen, das wird jetzt so circa fünf Minuten dauern und dann übergebe ich auch an dich, Dino und du. Ich denke, das ist das, warum auch die Leute heute hier sind. Ganz kurz, Polarion, uns gibt es schon seit fast zehn Jahren jetzt mittlerweile am Markt. Wir sind der Hersteller der Software Polarion ALM. Das ist ein ALM-Werkzeug, wie das so schön heißt. Und wir haben mittlerweile mehr als eine Million Anwender weltweit verteilt, die mit unserem System teilweise den ganzen ALM-Lebenszyklus abbilden oder auch teilweise nur Requirements Management oder Testmanagement mit unserem System machen. Das bedeutet natürlich auch, das können Sie sich vorstellen, die meisten unserer Kunden sind weltweit verteilt und deshalb können Sie auch davon ausgehen, dass Sie dort, wo Sie sitzen, in der Regel auch einen Ansprechpartner von Polarion bzw. den Support von Polarion finden können. Das Produkt Polarion zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es alle Artefakte oder alles, was Sie praktisch im Rahmen von so einer Entwicklung, gerade jetzt auch im Bereich Softwareentwicklung bei Megatronik-Projekten, alles, was Sie da an Artefakten haben, können Sie in Polarion verwalten und miteinander in Beziehung setzen. Was häufig ja heutzutage in verschiedenen Systemen liegt, haben Sie jetzt eben in einem System und das ermöglicht natürlich einem viel schneller Informationen aus so einem System zu gewinnen, auszuwerten und natürlich auch effektiv zu machen. Für Full-Recorded Webinars, visit Polarion.com, click on the Events & Webinars tab, and click on Recorded Webinars, or take the next Polarion steps. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020